Hallo, mein Name ist Manuel Tabeiner von Werk 45. Wir haben uns spezialisiert auf Fahrwerkstechnik im Zweiradsektor, sprich für sämtliche Motorräder und auch Fahrräder. Bei uns bekommst du für dein Zweirad die optimale Lösung für dich abgestimmt, sprich je nachdem welche Tätigkeiten du mit deinem Bike motorisiert oder nicht motorisiert durchführen willst, dass wir das für dich mit dir bestens abstimmen, so dass du Spaß hast. Man hat zusätzlich Sicherheit, Sicherheit macht schnell, Sicherheit gibt Spaß und das was gleichzeitig noch ist, sämtliche Hersteller können nicht wissen wie du mit dem Bike fährst, wie schnell du bist, wie schwer du bist, wie groß du bist, deswegen ist eine individuelle Abstimmung. Einfach das Beste für jeden. Also hier bei mir in der Firma haben wir Prüfstände für Dämpferkennlinien, für Federkennlinien bestimmen, sämtliche Spezialwerkzeuge für die bekanntesten, gängigsten Hersteller von Gabel, Federbeine bei Motorrädern, für Straße, Offroad, Rennstrecke und auch für Fahrräder. PKW ist natürlich auch möglich, wenn gewünscht mit Rücksprache, da haben wir unsere Partner dafür, wo wir auf engen Raum miteinander zusammenarbeiten. Wenn du Interesse hast, dein Fahrwerk auf dich persönlich abstimmen zu lassen oder einfach nur einen Service zu machen, weil schon dementsprechend Stunden oder Kilometer drauf sind, setz dich einfach mit mir oder mit uns in Verbindung. Wir besprechen deine Wünsche und Anliegen. Dementsprechend können wir vorab schon ein individualisiertes Angebot erstellen. Dann brauchen wir natürlich deine Federgabel, Federbein, um die Sachen durchführen zu können. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie du baust es aus, verpackst es, schickst es uns oder gibst du uns bescheid, du brauchst ein Transportkoffer, Schachtel, je nachdem. Wir schicken es dir zu. Du verpackst es, schickst es zu uns. Zweite Möglichkeit, du bringst dein Bike, Motorrad, Fahrrad, was auch immer, direkt zu uns. Wir besprechen alles mit dir vor Ort, bauen dann die Komponenten aus, werden wieder begutachtet in den Prüfständen, wird mit dir Rücksprache gehalten und dann dementsprechend Service, Umbauarbeiten, Einstellungen etc. durchgeführt. Oder, wenn es die Möglichkeit zulässt, auch nach Rücksprache können wir gerne dein Bike von dir zu Hause abholen und zu uns transportieren und wieder zurückbringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017